So, wir sind hier gerade in einem Restaurant am Meiji-Schrein und die Sachen hier sind super lecker aus und auch super günstig. Und dann wollte ich das hier haben und dann habe ich das hier gelesen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Limited to Under Elementary School Kids. Da, happy. Ich war eigentlich happy, als ich das gesehen habe, aber ich glaube, die Hünse ist gerade auf. Warte mal. Jetzt sieht man das besser. Ich glaube echt, ich glaube, das ist, guck mal, ich wollte das echt, das sind 900 Yen, das sind so, ich weiß nicht, so 8 Euro, 7 Euro, 50 oder sowas hat das irgendwie da. Und da ist so viel bei und das wollte ich essen, aber nein, das ist so für Kinder. Deswegen gucke ich gerade mal, was ich hier essen. Matcha-Eis. Ich esse nur Nachtisch. Ich denke mal, es wird Curry-Eis. Weil ich hatte noch kein, ich hatte noch, weißt, kein Curry. Hier, was denn? Äh, Boxenland, Stockwurst. Ja, das ist natürlich auch super. Ich bin mir noch nicht so sicher. Essen ist da. Ja, ich habe mir ein Curry bestellt und dazu gab es dann Salat, eine Suppe und das. Und das, da weiß ich leider wirklich nicht, was das ist. Saure Gurkengenuss auf jeden Fall und ich hoffe, ich habe jetzt hier eingefügt, was ich meine. Ich habe Vanillepudding mit Schokosauce. Das ist kein Vanillepudding, der ist ein Omelette. Und auch ein Salat. Ein Reispudding. Und Gift hat er sich auch bestellt. Gift? Was ist das? Das ist ein Alibetis-Giftbild. Was ist da mit dem los? Schmeckt? Schmeckt sehr Omelettig, das Omelett. Das ist super. Und das Reis. Wie gesund hier. Und was ist das für eine Soße? Hast du Soße gesagt? Ja, ich habe Soße. Ich sage Soße. Ich sage Soße. Das ist eine sehr süße Soße. Toll. Ich sage Soße. 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 Ich sage Soße.